Hör ich mal, was sagst denn du eigentlich zu der Bamberger, hä? Klar, das sind auch Franken und deswegen auch irgendwie Menschen. Na ja, Klee Venedig, so sagen die Leute. Da liegt die Betonung frei vor allem auf dem Klee, sag ich ja mal. Wahrscheinlich hässen die so, weil's da so stinkt wie in Venedig. Apropos, was mir frei am Mäste stinkt, die Brunzverrecker haben uns den Moab-Spenstig gemacht. Klebst es? Ich sag bloß eins. Rache ist Blutwurst. Habe die Ehre, man sieht sie.